Das sind Steve und Maggie, deutsch, 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 yeah! Oh, hallo liebe Kinder. Ich putze mir gerade die Zähne. Ich habe gerade keine Zeit für euch. Entschuldigung. Guten Morgen, Steve. Spielen wir? Nicht jetzt, Maggie. Ich putze mir die Zähne. Hey, liebe Kinder. Machen wir ein bisschen Spaß. Schaut mal. Abracadabra. Was passiert denn mit meiner Zahnbürste, Maggie? Oh, was passiert da? Maggie, was hast du mit meiner Zahnbürste gemacht? Das ist ein Zauberstab. Maggie, du frecher, frecher Vogel. Das ist kein Zauberstab. Das ist meine Zahnbürste. Ich putze damit meine Zähne. Für ein zauberhaftes Lächeln. Oh, dann zeig mal, Steve. Zeig mal. Okay, Maggie. Hey, liebe Kinder. Ihr wisst, wie man sich richtig die Zähne putzt, oder? Aber zeigen wir es Maggie mit einem Song. Oh, aber zuerst brauche ich ein bisschen Zahnpasta auf meinem Zauberstab. Äh, meine Zahnbürste. Ich hab die Zahnbürste, Steve. Ich hab sie. Okay, Maggie. Gib etwas Zahnpasta auf meine Zahnbürste. Ja. Oh, Entschuldigung. Was für ein frecher, frecher Vogel. Das ist zu viel Zahnpasta, Maggie. Entschuldigung. Abracadabra. Oh, das ist besser. Na also, jetzt sind wir bereit, dir zu zeigen, wie man sich die Zähne richtig putzt. Na klar. Na los, putz, putz dir die Zähne. Putz sie so wie ich. Na los, putz, putz dir die Zähne. Yeah, putz sie richtig gut. Putz sie einmal am Morgen und einmal am Abend. Zweimal täglich. Das ist nicht schädlich. Oh, putz, putz dir die Zähne. Mach sie schön und zauber. Oh, Steve. Ich habe nichts gesehen. Oh, ich hab eine Idee. Abracadabra. Wow. Schaut mal, Kinder. Was für ein riesiges Gebiss. Jetzt können wir alles sehen. Ja klar. Oder, lasst uns mal genauer schauen. Oh, wow. Schaut euch die riesigen Schneidezähne an. Hier und hier. Deine Schneidezähne sind sehr wichtig, Maggie. Man sieht immer die Schneidezähne, wenn du lachst. Genau. Also, alle zusammen, Kinder. Das sind die Schneidezähne. Das sind die Schneidezähne. Das sind die Schneidezähne. Zeig mal, wie man sie putzt, Steve. Okay, Maggie. Aber ich denke, ich werde eine größere Zahnbürste brauchen. Oder, Kinder? Okay. Abracadabra. Hey, schaut mal. Okay. Jetzt kann es losgehen, die Schneidezähne zu putzen und das Lied zu singen. Na los und putz, putz dir die Zähne. Putz sie so wie ich. Na los und putz, putz dir die Zähne. Yeah, putz sie richtig gut. Putz sie einmal am Morgen und einmal am Abend. Zweimal täglich. Das ist nicht schädlich. Oh, putz, putz dir die Zähne. Mach sie schön und zauber. Maggie, was machst du da? Oh, wir sind fertig, oder? Oh nein, wir sind nicht fertig. Oder, liebe Kinder? Nein, nein, nein. Vergesst nicht, eure Zähne zu putzen. Hier und hier. Ha, lasst uns mal genauer schauen. Oh, schaut mal. Das sind die Backenzähne. Also, alle zusammen. Das sind die Backenzähne. 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 Oh, und Maggie, es ist wichtig, die Backenzähne gründlich zu putzen. Seid mal wie, Steve. Gute Idee, Maggie. Na los, Kinder. Putzen wir die Backenzähne und singen unseren Song. Na los und putz, putz dir die Backenzähne. Putz dir die Zähne. Putz sie so wie ich. Na los und putz, putz dir die Zähne. Yeah, putz sie richtig gut. Putz sie einmal am Morgen und einmal am Abend. Zweimal täglich. Das ist nicht schädlich. Oh, putz, putz dir die Zähne. Mach sie schön und zauber. Genau. Jetzt sind wir aber fertig, oder? Nein, 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 Maggie. Wir haben noch eine Sache zu machen. Auch die Innenseite der Zähne muss geputzt werden. Also, los. Gehen wir mal auf die Zunge. Sei vorsichtig. Oh, wow. Sie ist so weich. Schaut mal, Kinder. Das ist die Zunge. Das ist die Zunge. Das ist die Zunge. Oh, fastiv. Oh, Entschuldigung, Maggie. Zeig uns, wie die Rückseite der Zähne geputzt wird. Gute Idee. Na los, Kinder. Also singen wir das Lied. Genau. Na los und putz, putz dir die Zähne. Putz sie so wie ich. Na los und putz, putz dir die Zähne. Yeah, putz sie richtig gut. Putz sie einmal am Morgen und einmal am Abend. Zweimal täglich. Das ist nicht schädlich. Oh, putz, putz dir die Zähne. Mach sie schön und zauber. Genau. Und das ist, Maggie, wie man sich richtig die Zähne putzt. Jungs und Mädels, putzt ihr euch gründlich die Zähne? Morgens und abends? Ja, wirklich? Super. Dann zeigt mir ein Lächeln. Na los. Haha, zeigt mir euer Lächeln. Sag Cheese. Oh, ich möchte Zähne wie Steve haben. Oh, Abracadabra. Wow, schaut mal. Hihihi. Meine Zähne, meine Zähne. Ich habe keine Zähne mehr. Oh, Maggie, gib mir meine Zähne zurück. Du frecher, frecher Vogel. Okay. Abracadabra. Das ist besser. Ich habe meine Zähne zurück. Ja. Und passt gut auf sie auf. Passt auf eure Zähne auf, Kinder. Nutzt euren Zauberstab morgens und abends. Genau. Und abonniert uns. Hat euch die Geschichte gefallen? Schaut sie euch nochmal an. Oder findet eine andere Steve & Maggie Geschichte. Tschüss an alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Wuhu.